Die Halle ist sehr toll und wir haben jetzt alle Geräte mal durchgeturnt und es fühlt sich sehr toll an. Es war ein unglaubliches Podiumstraining, es war sehr erfolgreich, ich würde es gerne am Dienstag genauso machen und einfach am Dienstag rocken. Wir waren noch nicht in der Wettkampfhalle, aber ich war letztes Mal schon hier und es ist schon anders, aber die Geräte sind anders eingestellt, aber sonst ist alles gleich. Ja, wir haben diese Woche ein Trainingsjahr gehabt in Wien und leider hat sich der Gino im letzten Training verletzt am Boden und insofern habe ich einem einspringen müssen. Ja, also mit dem Bus sind wir gut angekommen und im Hotel ist auch alles super und ich freue mich schon auf den Wettkampf. Ja, mittlerweile schon, jetzt nach dem erfolgreichen Podiumstraining, weiß ich, ich bin dabei. Ja, also es fühlt sich toll an. Wie gesagt, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, seit Tag 1 träume ich mal bei Olympischen Spielen teilzunehmen oder beim Olympischen Event insofern, es ist unglaublich. Ja,oi, irgendwie bei Olympischen Spielen tutaj. Da. Bis zum nächsten Mal.